Hallo und herzlich Willkommen zum, keine Ahnung wie viel Du Part von Mario Kart Tour. Heute spielen wir mit Baby, nein heute spielen wir mit dem Baby Peach Cup und zwar mit Peach. Oh, relativ gut und zuerst den 3DS Gebirgtspfad. Ich bin ein bisschen zuerst, aber ich bin ein bisschen zuerst. Oh, das ist ein bisschen zuerst. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich finde diese Trumbo war richtig gut, aber sie geht immer noch weiter. Ich glaube die Trumbo war auch relativ. Also die Trumbo war noch nicht. Dann kann ich auch noch mal mit der Brübe ausprobieren. Dann kann ich die Trumbo die Trumbo nehmen. Ich könnte das mit der Trumbo nehmen. So, ich bin hart, jetzt bin ich gekrönt, aber ich bin der erste. Dann hat es dich nicht. Und, dann bin ich am ersten. Und mein Leben geht wieder hoch. So, ja das tut ok, Typ Typ Bucht X, ja let's go mit Typ, dafür kannst du mal mal wieder erfahren, aber mal wieder machen können, mit dem passenden Einzelnen. Es ist ein kleines Gehirn, das ist dann so wichtig, dass es dann auch ein kleines Gehirn geht. und der wird um 2.1 geflüchtet oh naja ich hab ein bisschen angenehm die alten Hose kriegen ne 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 Ach, ich hab schon getroffen. Ich kann mich manchmal nicht so schnell. Aber... Ich lebe gerade. Sehr gut. Und die Combo war jetzt mal wieder richtig aus. Ich hole mir auch mal dieses Bonus-Altern. Und... Wie sollte das... Ja, praktisch sein. Ja, außer jetzt kommt dann noch viel. Das werde ich nicht erst sehen, oder? Ja. Äh, doch schon, aber. Wurde mich überholt, meine ich damit. Jackhammer. Oh, ein Stern, da ist das Ziel bei Combo. Mario, Piste 1, Erwe. Ja, das hier. Ja. Also, Aufnahmen, Katu, ist noch ein bisschen verpackt. Ja, gibt man nicht mehr. Es wären ja... und die sind dann auch schön hoch mit ihren Bezug auf den Kopf aber ich finde das hier zum Beispiel das machen wir ja aber eigentlich sollten wir das haben ja und das wird gerade wieder mit der Lungung gehen Aber... Was ist das denn? Aber wenn die Schmerzen nicht mehr gut sind... Was ist das denn? Aber... Aber... Ich nehme gerade so viel auf, dass ich denke, dass ich es schaffe. Ich habe wieder mehrere Punkte dazu bekommen. Einen großen Stern. Dann jetzt noch Sprung-Todo springen. Und das schafft man ganz weit. Und dann sieht man. Ich denke, das ist relativ künftig. Und wenn wir gehen, wenn wir gehen. Dann habe ich mir gedacht, wäre die das Exciteite Stadion aus Mario Kart 8 im Spiel. Oh, dann einmal. Ich finde ja, ich glaube, dass er dann haltet. Aber es wird haltet, ne? Ich würde auch hier eine Bonus-Niss werden. Und gleich der Cup. Sehr gut. Das Lule ist ganz zu machen. So wie auch beim ersten Mal. Gut. Es gibt nur noch vier Cups. Die schaffe ich, denke ich. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.